MTA Journal, das Magazin von MTA International Germany Studios, jetzt live. MTA Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Für die heutige Sendung haben wir auch etwas Besonderes für Sie vorbereitet. Wir sprechen nämlich über das Idul-Fitr, das Idul-Fitr, welches nach dem Fastenmonat Ramadan begangen wird. An dieser Stelle wünschen wir auch Ihnen ein gesegnetes Eid-Fest. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für die heutige Sendung haben wir den Imam und Theologen im Thaas Shahim-Zeit bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, Sie hier haben zu dürfen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Das Ende des heiligen Monats Ramadan wird mit dem Idul-Fitr zelebriert. Lassen Sie uns doch zurückgehen in die Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie wurde das Idul-Fitr zu seinen Lebzeiten gefeiert? Bismillahirrahmanirrahim. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, da finden wir sehr viele Überlieferungen im Detail, wie er dann diesen Tag begangen hat. Er ist morgens aufgestanden, hat auch natürlich das Gebet verrichtet. Und bevor er dann zum Idgar, also in die Moschee gegangen ist, hat er auf jeden Fall auch etwas gegessen. Also Asad Aishara Sillawana berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam drei Datteln zum Beispiel zu essen pflegte. Also auch in ungerade Zahl, das ist auch eine Schönheit. Dann ist er zum Idgar im Prinzip gegangen. Und das ist auch etwas Besonderes. Eine Route hat er genommen, um dorthin zu gehen und eine andere Route, um wieder zurückzukommen. Also auch darin steckt diese schöne Weisheit, dass so viele Menschen wie möglich dann auch diese Segnungen abbekommen, weil dann auch die Takbirat gesprochen werden, also von zu Hause bis zur Idgar hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Takbirat, die wir auch kennen, die auch gesprochen und dann dort das Idgebet verrichtet. Dazu hat er auch alle Gefährten auch aufgerufen. Das heißt Kinder, die Familien, die Frauen, Männer, dass alle versuchen sollten, an diesem Idgebet auch teilzunehmen. Und danach, nach dem Gebet, wie gesagt, eine andere Route genommen, um wieder nach Hause zu kommen, aber unterwegs dann auch mit seinen Gefährten zusammen gegessen, auch sich um die Bedürftigen auch gekümmert. Es gibt diese Überlieferung, dass er einen armen Jungen gesehen hatte, der keine schöne Kleidung anhatte. Der heilige Prophet sallam hatte aber explizit angewiesen, an diesem Tag besonders zu duschen, Duft aufzutragen, neue Kleidung zu tragen, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Und dann hat er diesen Jungen mitgenommen und ihm neue Kleidung gegeben und auch ihn gespeist. Und das ist das Schöne, dass bei all dieser Freude auch dieser Aspekt niemals aus den Augen verloren werden sollte. Und dann hat er gemeinsam mit seinen Verwandten, mit seinen Freunden und den Zahabern, Rizwanul Aleihm, das Id-Fest begangen. Dibur Bissab, der Fastenmonat Ramadan ist ein Monat voller Spiritualität. Was gilt es jetzt für die Muslime nach dieser Zeit des Fastenmonats? Alles wie vorher oder gibt es da Dinge, die man mitnehmen sollte? Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es kein oberflächliches, etwas Formelles sein sollte, dieses Id-Fest auch und auch den Monat Ramadan. Weil dann hat man ja nichts erreicht, wenn man die guten Sachen, die man durch den Monat Ramadan sich angeeignet hat, diese nicht mitnimmt über das ganze Jahr. Und die schlechten Sachen, die Eigenschaften, die man abgelegt hat, dass man sich von denen nicht dann befreit. Und erst dann ist es ein wahres Id, wenn wir das auch so begangen haben, dass wir das Id-Rita von der Sud-Aktis, unserem geliebten Imam, Mögele, sein Helfer sein, uns angehört haben. Dass wir die Gebete jetzt am Id-Tag, wo wir alle, die Verwandten zusammenkommen, die Gebete nicht vernachlässigen. Und nach dem Id sollten wir uns das dann auch beibehalten und dieses dann auch wirklich über die restlichen elf Monate dann auch durchführen. Weil der Monat Ramadan ist ja ein Trainingsmonat gewesen. Wir sollten nicht all die Segnungen dann hinter uns lassen und mit dem Id-Gebet oder dem Id-Tag dann abschließen, sondern all das Gute, das Positive dann mitnehmen. Dann können wir auch das wahre Id feiern und dann können wir auch dieser Sunda des Propheten S.A.V. folgend die wahre Liebe Gottes erlangen. In der Sagmülai Morbisa beten wir, dass wir in dieser spirituellen Weiterentwicklung fortschreiten und so das Wohlgefallen Allahs erlangen. Amin. Sagmülai Morbisa, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie auch heute da waren und auch dafür, dass Sie uns in den letzten vier Sendungen tatkräftig unterstützt haben. Sagmülai. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun möchten wir Ihnen einen Beitrag zeigen, in dem Morbiyan verschiedene Themen und Fragen rund um das Thema Idul-Fitr beantworten. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, Morbisa, wir haben heute die Möglichkeit, die wichtigsten Fragen zum Idul-Fitr-Fest zu beantworten. Ich würde sagen, ich fange auch dann direkt an. So, fangen wir mal hier an. So, Morbisa, wie wird das Id-Gebet verrichtet? Das Id-Gebet wird verrichtet am 1. Schaval, also unmittelbar nach dem Ende des Ramazan. Und nur bezüglich des Gebets kann man sagen, etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang beginnt die Zeit des Id-Gebetes. Und die hält bis zum Socher-Gebet, also bis zum Beginn des Socher-Gebetes an. Bis in dieser Zeitspanne muss das Id-Gebet verrichtet werden. Das muss in Gemeinschaft verrichtet werden. Der Imam leitet das. Und zu Beginn macht er das Takbiri Tahrima, also das Haupt-Takbir, um das Gebet einzuleiten. Und danach folgen in der ersten Rekade, es gibt zwei Rekade. In der ersten Rekade folgen dem Takbiri Tahrima erstmal das Sanaa, also das Nid-Dumas und Sanaa. Danach macht man sieben weitere Takbirat. Und beim siebten Mal bindet man die Hände zusammen und wie gewöhnlich wird das Gebet weiter verrichtet. Also danach Auszubillah, Bismillah und Suda Fatiha. Die ganze Rekade wird durchgeführt. Und in der zweiten Rekade, sobald man hochkommt, wieder zum Kiam, dann werden fünf Takbirat ausgeführt. Und wie schon gesagt, beim fünften Mal werden dann die Hände zusammengebunden. Und was auch interessant ist, ist, dass beim Eid-Gebet, dass der Leiter der Eid-Ansprache jemand anderes sein darf. Und der Leiter des Eid-Gebetes auch jemand anderes sein darf. Ja, dann die nächste Frage für Sie, Umar Saab. Wie sollte ich den Eid-Tag verbringen? Also wir haben die Praxis des Heiligen Provinces um sein Vorbild vor uns. Also der Eid-Tag ist ja ein Tag der Freude. Deswegen sollte man auch diesen Tag so bekleiden. Heißt, aufstehen für das Dajid-Gebet natürlich auch an diesem Tag. Gott sehr, sehr dankbar sein, Gott anbeten. Dann sollte man auch versuchen, schöne Kleidung anzuziehen, zu parfümieren. Und die Praxis des Heiligen Propheten und auch des Feißen, wie sie es erlernt haben, war. Zu duschen auch noch. Auch zu duschen natürlich. Dass sie auch etwas Süßes gekocht haben und gebacken haben und es auch gegessen haben. Meist noch bevor sie zum Eid-Gebet gegangen sind. Und dann, nachdem man das alles gemacht hat, sich angezogen hat, dass man mit der ganzen Familie zusammen zum Eid-Gebet hingeht, dort das Eid-Gebet verrichtet. Dann sich auch einander beglückwünscht und halt diesen Tag in Freude und im Gedenken Allahs verbringt. Das ist auch das Besondere im Islam, dass man dann nicht einfach nur in der Feier verwickelt ist, sondern an diesen Tagen gedenkt man Gott umso mehr. An diesem Tag beten wir sechsmal zu Gott. Plus halt, dass man am Eid-Tag noch das Eid-Fund zahlt, dass man neben der Anbetung Gottes, neben der Freude auch nochmal auf Allahs Wege steht. So, Liza, wo soll das Eid-Gebet stattfinden? Das Eid-Gebet dafür, weil es halt eine sehr große Versammlung ist, wo auch die, nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder für diesen besonderen Anlass zusammenkommen, ist es die Sunna des Heiligen Propheten gewesen, dass er einen freien Ort gesucht hat, damit umso mehr Leute zusammenkommen können. Das ist natürlich optional. Für wen ist das Eid-Gebet verpflichtend? Also grundsätzlich gilt, dass jeder am Eid-Gebet teilnehmen soll. Selbst eine Frau, die in ihrer Periode ist, soll auch zum Eid-Gebet hin. Auch wenn sie das Eid-Gebet nicht mitverrichtet, soll sie einfach sitzen, hinten sitzen und die Veranstaltung mit erleben. Aber eine Sache ist hier wichtig zu beachten, dass das Eid-Gebet kein Pflichtgebet ist. Es ist nicht Wajib, sondern es gehört unter der Kategorie der Sunna dem Mokkida. Heißt, wenn das auch eine Anzahl von Gläubigen verrichtet, reicht das eigentlich auch aus. Und das nimmt man auch daraus heraus, dass wenn jemand zum Beispiel zu spät kommt und das Eid-Gebet verpasst hat, dass er es dann nicht nachbeten darf. Nur nicht mal, dass wenn mehrere Personen zu spät ankommen. Im normalen Gebet ist es ja so, bei den Pflichtgebeten, dass man das Gebet dann nachholt. Aber für das Eid-Gebet gilt das nicht. Heißt, wenn man es einmal verpasst hat, hat man es verpasst. Wieso feiern wir, Ahmadi Muslime, oftmals das Eid einen Tag nachher als alle anderen Muslime? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, der Heilige Prophet Islam hat uns angewiesen, dass sobald wir die Neumond-Sichel mit dem Auge erkennen oder wahrnehmen, dann soll das Eid verrichtet werden. Und da unterscheidet sich schon der erste Punkt, weshalb es meist um ein oder zwei Tage sich verschieben kann. Oft ist es so, dass die Red Ahmadis, nicht Ahmadis, meteorologisch halt die Neumond-Sichel betrachten. Und daher ist sie natürlich vorher ersichtlich. Hinzu kommt, dass nicht jeder richtet sich nach dem Mondkalender in Deutschland. Genau. Obwohl es in einem Hadith sogar heißt, dass man sich nach dem jeweiligen Land, wo man lebt, richten soll. Also das ist ja zum einen auch, dass die viele Nicht-Ahmadi Muslime sich einfach nach Saudi-Arabien richten und dementsprechend ihr Eid-Tag festlegen. Und zum zweiten, wir haben ja die wohl authentischste Methode, die Eyalog-Methode, die so genau ist, dass man da berechnen kann, ab wann die Neumond-Sichel wirklich mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Und dementsprechend wird auch unser Eid-Tag festgelegt. Richtig. Darf in kleinen Moscheen das Eid-Gebet mehrmals sprechen? Grundlegend ja. Es ist organisatorisch erlaubt, dass wenn zum Beispiel keine große Moschee vorhanden ist in einer Stadt, dass man dann in einer Moschee über den Tag hinaus mehrmals das Eid-Gebet verrichtet. In der Nul-Moschee in Frankfurt war es früher lange Zeit gebraucht gewesen, dass man mehrmals zwei- bis dreimal das Eid-Gebet stattfand, weil es einfach eine sehr große Anzahl von Muslimen gab, die dort das Eid-Gebet verrichten wollten. Und jeder hat ja den Wunsch, gemeinschaftlich in der Moschee das zu verrichten. Aber das ist auch eine Sache, die nicht jeder einfach individuell entscheiden darf. Sondern das muss dann natürlich auch von der jeweiligen Zentrale, bei uns ist es die Zentrale Merkas, dann auch genehmigt werden, erlaubt werden. Die Tagbirat, die kennen wir alle, die Segensgebete, die rezitiert werden. Von wann bis wann werden die Tagbirat die Segensgebete rezitiert? Idul-Fitr nur von morgens bis zum Eid-Nemaß verrichtet. Auch auf dem Weg zum Eid sollte man die Tagbirat verrichten. Darf ich das Eid-Gebet alleine verrichten? Also ich glaube, das haben wir schon hier jetzt erwähnt. Nein, das Eid-Gebet darf man nicht alleine verrichten. Wird immer gemeinschaftlich an einem bestimmten Ort verrichtet. Genau. So, Zagla, Velizab, das war's. Das waren die wichtigsten Fragen zum Eid-Uladar. Und liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen allen ein frohes, gesundes Eid-Ulad-Fitr-Fest. Möge Allah diesen Tag für uns alle Muslime weltweit segnen. Amen. Zagla, Assalamu alaikum to Allah. Assalamu alaikum. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu guter Letzt möchten wir Ihnen eine Grußbotschaft seitens MTA anlässlich des Eid-Uladar übermitteln. As-salamu alaikum. Ein herzliches Eid-Mubarak. Eid-Mubarak an all meinen Brüdern und Schwestern. As-salamu alaikum. Ich wünsche euch allen, meinen Brüdern, ein frohes Eid-Mubarak. As-salamu alaikum. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien allen ein herzliches und gesundes Eid-Fest. Eid-Mubarak. As-salamu alaikum. An allen Eid-Mubarak. As-salamu alaikum. Ich wünsche Ihnen allen ein herzliches Eid-Mubarak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der heilige Monat Ramazan, ging zu Ende und heute haben wir alle gemeinsam das Idul-Fitr-Fest 2022 gefeiert. Dieses Fest der Freude und der Dankbarkeit dient zum einen, um uns bei Allah Dalla zu bedanken für die Gunst und Gnade, die er uns erwiesen hat. Aber es ist auch ein Anlass, um uns bei seinen Menschen zu bedanken. Wir von MTA International Germany Studios möchten uns bei Ihnen, werte Zuschauer, bedanken für das Anschauen und Dabeisein unserer Sendungen in den letzten Wochen und Monaten. Und zugleich möchten wir und hoffen wir Sie darum bitten, auch weiterhin die Sendungen von MTA zu schauen. Also Reaktes Ayyad-Hallatala Benesl-Aziz wünscht sich, dass in jedem Haushalt täglich mindestens eine Stunde MTA geschaut wird. Auch nach dem Ramazan haben wir verschiedene neue Sendungen für Sie bereit, für Jung und auch für Alt. Schauen Sie also regelmäßig MTA oder abonnieren Sie online unsere YouTube-Kanäle MuslimTV.de für unsere Tablier-Inhalte oder MTA Germany für unsere Tablier-Inhalte. Wir würden uns freuen. Stellvertretend vom gesamten MTA-Team möchte ich Ihnen ein gesegnetes Idul-Fitr-Fest wünschen und sage, Id Mubarek, alles Gute, bleiben Sie gottesfürchtig und stets eng verbunden mit dem Chalafat. Das sagt Mullah Snul-Azah und noch einmal ein herzliches Id Mubarek. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Folgen Sie uns doch in den sozialen Medien unter MuslimTV.de und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal MTA Germany. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind inshallah nächste Woche wieder für Sie da. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bis dahin, bleiben Sie gesund.